Die Gedanken sind frei Das Highlight des heutigen Abends, das ist eine großartige Videomapping Show und das Videomapping das war tatsächlich eine Idee unseres Oberbürgermeisters, der tatsächlich von Anfang an gesagt hat, für diesen Abend, für das Highlight in diesem Jahr, da wünscht er sich eine Videomapping Show und insofern freuen wir uns natürlich, dass wir das dementsprechend hier auch umsetzen können. Doppelstadt-Kempten Vereinte Stadt-Kempten Doppelstadt-Kempten Glaubenstrennen Im Jahr 1818 wurde in Kempten ein ganz besonderes Ereignis begangen, Kempten wurde zusammengelegt und zwar die zuvor freie Reichsstadt zusammen mit der Stiftstadt, die über eine gewisse Zeit lang eben parallel nebeneinander hergelegt hatten und ab diesem Zeitpunkt dann zusammen eine Stadt gebildet haben, das was wir heute als Kempten kennen. Die Faszination an dem Thema Videomapping Projektion im urbanen Raum ist sicherlich, große und kleine urbane Orte mit Licht zu bespielen, sodass da eine künstlerische Arbeit im urbanen Raum entsteht, die natürlich für die Besucher an alltäglichen Gebäuden passieren können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und eine Spannung, dann so schöne Gebäude wie hier die Residenz zu haben oder auch an anderen Orten, an Landmarks, wo ich schon war, da Installationen zu entwickeln. Zwei 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 an 200 Jahren.